Okay, Schätzeleien. Wir müssen, glaube ich, Richtung da. Ich hätte mal gucken können, wie spät es ist, dass wir jetzt nicht so... Oh! Oh! Entschuldigung! Entschuldigung, das wollte ich nicht. Das Holzfälder... Was ist denn das da? Oh Gott, ich bin furchtbar. Einmal lesen, bitte. Lesen. Schön. Dann nochmal auf die Karte. Oh, das ist ganz schön weit weg. Ich würde auf jeden Fall gern mal dahin und mal kurz auf die Uhr gucken. Ja gut, ein Stückchen können mal auf jeden Fall noch. Hm? Hm. Oh, was für ein Scheißwetter, ey. Ich hab jetzt, ähm, ich guck es ja immer mal beim Lootburger. Also immer mal, ich guck eigentlich jede Folge, weil, ähm, ich ja in der Vorproduktion bin und... was? Fickt euch. Hab ich jetzt gar keine Lust so... Nö, 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 nö. Ähm, genau. Achso, das haben wir uns doch schon angeguckt hier, ne? Genau, und da guck ich immer mal und der hat immer so schönes Wetter. Ja. Also, der hat wirklich immer traumhaft schönes Wetter. Ja, da scheint die Sonne... Achso, das ist der interessante Ort gewesen. Okay. Ja, da ist, äh, wundervoll sieht das aus einfach nur. Und bei mir ist Pisswetter. Und zwar durchgängig Pisswetter. Ich überleg grad, ob's gut ist, da jetzt hinzurennen. Oder ob ich das lieber lassen sollte. Die machen mich bestimmt platt. Äh. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich neige ja dazu, sowas anzunehmen, ja. Haben wir noch Retterschnaps? Hm. Nimm mal die Info weg. Ne. 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 Sonstiges. Äh. Ach nee, da ist aber bei Nahrung drin. Brandwein. Brandwein, Retterschnaps. Ach, wir haben noch drei Stück. Dann nimm mal einen jetzt. So, spielgespeichert. Sehr schön. Dann machen wir die Typen mal platt durch, man. Ha. Heinrich, zieh dein Schwert. Geht doch. Wo waren denn die jetzt? Ich möchte die ganze Ausdauer jetzt nicht verballern. Da sind sie. da. Haben die uns schon gesehen? Was ist da? Was haben wir denn da? Oh nein, sie haben uns gesehen. Hast weiche Knie bekommen, was? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie es ging. Heinrich, Vorsicht. Du bist. Aua, 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 aua. Jesus Christus. Heinrich. Heinrich, lauf doch erstmal bitte weg. Ich schlachte dich ab. Hast genug vom Leben, was? Ach, Heinrich. Wartet doch mal. Doch, Retter. Ja. Okay. Okay, okay. Luft holen, Luft holen. Oh, Heinrich, Vorsicht. Vorsicht Heinrich. Oh, Heinrich, die Luft. 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 Die Luft Heinrich, Vorsicht. Heinrich, zurück ein Stück. Hol das in Luft. Tatsächlich. Pisser. Klar, ich nicht. Ach, Heinrich. Das ist ja ultra anstrengend, der Typ. Oh, noch einer? Was? Das ist ja mies jetzt. Das ist jetzt richtig mies. Das ist richtig mies. Was macht denn der jetzt hier? Der war doch vorher noch nicht da. Oh, oh, Heinrich. Oh, oh. Oh, oh, lauf. Lauf, 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 lauf. Okay, du reich auf, Max. Shit, Heinrich. Shit. Da rennen die uns hinterher. Ja! Scheiße. Soll das etwa alles sein? Okay, wir sind gleich tot, ja. Okay. Dumm gelaufen. Hä? War das... War der gerade auch schon da? Zum Glück haben wir gespeichert. Das habe ich wieder mal richtig aufs Moll gekriegt. Ich kann es halt einfach nicht, ne? Also gegen mehrere finde ich es echt schon ziemlich hart. Ich glaube, ich muss doch so ein bisschen mehr in diesen Schleichmodus gehen. Ich glaube, das liegt mir vielleicht besser als dieser direkte Angriff. So, jetzt hat er seinen Bogen hier gezogen. Sehr schön. Haben wir eigentlich irgendwas einstecken? Womit wird es... Was ist denn das hier? Kater. Okay. Aha. Aha. Was bringt uns alles? Ringenblumaufguss. Was ist denn das? Okay. Okay. Das ist alles nichts. Bogen hast du noch in der Hand? Da sind sie. Aber ich treffe die ja nicht von hier aus. Nie im Leben treffe ich die. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Oh Gott. Heinrich, Schwert. Oh. Nein. Heinrich, zieh doch dein Schwert. Danke, Mann. Jetzt bist du am Arsch. Oh, Heinrich. Heinrich, Luft. Luft, Heinrich, Luft. Gut, den haben wir schon mal erwischt so ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Heinrich, lauf mal ein Stück, bitte. Komm her, du. Der Pisser, weil sie beide von beiden Seiten hier angreifen. Das ist nämlich so mies. Okay. Luft holen, Heinrich. Gott, ich habe doch abgewehrt. Mehr hast du noch drauf? Den haben wir. Den, okay. Okay, den haben wir. Aber der andere schlägt halt noch auf uns ein und deshalb kann der nämlich abhauen. Das finde ich doof. Wo ist denn der andere? Ich würde den gerne richtig platt machen, ehrlich gesagt. Bevor der andere wiederkommt. Ja, neue Stufe Stärke, schön. Aua. 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 Jetzt konnte ich ja nicht weg. Oh Gott. Dieses scheiß Schild, was der hat, das nervt so sehr. Das hast du gut gemacht, Mann. Aber ich bin jetzt auch zu stolz zum Aufgeben, ne? Also zu stolz, um jetzt zu sagen, ich lasse es. Okay, Heinrich, noch mal ein Stück. Komm, kann der nicht mehr platt gehen, bitte? Boah, dieses Schild. Aber diesmal sind wir, glaube ich, besser unterwegs. Oh, der hat sich wehrgeduckt. Okay, jetzt reden. Ihn unbewaffnet ziehen. Ich bin fort mit dir. Aber du lässt die Waffe, wo sie ist. Einverstanden. So. Du Pflege. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Wer seid ihr? Gehört ihr dazu? Nee. Huh. Da rennt er dann davon. Ehe ich das organisiert hatte, ja. Okay, Heinrich ist verletzt. Und die waren jetzt einfach nur so hier, oder was? Möchte ich jetzt einfach nur so aus Spaß? Und Jux und Dollerei? Ganz offensichtlich. Okay, Heinrich, ähm. Was? Kannst du das mal anwenden? Nicht so, sondern dann nimm's mal zu dir. Äh, hilfst dir das jetzt, oder nicht? Müsste ja eigentlich gleich anschlagen. Die waren nur aus Scheiß hier, ne? Toll. Ich dachte, die haben ja irgendwas vielleicht bewacht, oder so. Na, egal. Wir hätten sie töten sollen. Hm-hm. Nun gut. Ich fülle es mal da so lang. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier ins Gebüsch gelaufen bin. Einfach nur so, weil ich es kann. Okay. Ist schön. So kannst du da. Kommst du hier durch? Durch das Gebüsch? Ja. Geht doch. Ja. Was ist denn das? Schnaps. Nimm mit. Und dann kannst du mal dein Schwert wieder einstecken, bitte, Heinrich. Prima. Du sollst den Bogen zwar nicht auspacken, aber... Ein Nest. Wo? Da. Das werden wir jetzt mal machen. Wir probieren das jetzt mal. Das Nest hier runter zu schießen. Das hat funktioniert. Wo ist es hin? Huch. Wo ist es hin? Da. Nest untersuchen. Ernsthaft? In dem Nest waren die Trich? Ich packe auch mal den Bogen wieder weg. Heinrich, du sollst bitte das alles einpacken. Höhle, Bogen. Höhle, Bogen. Okay. Dann würde ich denken... Es ist wahrscheinlich jetzt schon relativ spät. Einmal hier rüber. Was? Nix. Hallo. Was denn? Wir quatschen mal mit dir eine Runde. Nö, machen wir doch nicht. Achtung, Hundi. Gut. Noch mal schnell auf die Uhr geschaut. Es ist 18 Uhr. Ich würde denken. Während Pebbles hier wieder von hinten angelatscht kommt. Was? War das jetzt Heinrich? Ernsthaft jetzt Heinrich? Oh mein Gott. Nene, 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 nene. Ach. Bringt er mich ganz durcheinander mit seinem Geschrei? Was war das denn? Wer hat eigentlich genug Ausdauer? Oh. Nix ist das. Wer ist da? Hä? Warum kann ich ein... Moment. Ich habe keine Pfeile mehr? Was für eine war das? Ich bin das. Ich versuche ja auf dich zu schießen, Mann. Was ist das? Ich treffe dich nicht. Was ist das denn von mir? Wo ist denn der hin? Ach so, der rennt da. Okay. Oh Gott. Ja. Entschuldigung. Ich musste ganz kurz... Die Tür hat... Es hat an der Tür geläutet. Ich musste ganz schnell antworten. Dann bin ich wieder. Hier bin ich wieder. Zurück. Komm mal. Weißt du was? Du nervst mich jetzt so ein bisschen. Kann ich dich mit dem Pferd umreiten? Vielleicht nicht. Aber ehe der abgestiegen ist... Der Typ ist wahrscheinlich schon über alle Berge. Hä? Sag ich doch. Über alle Berge. Wo ist denn der hin? Da war er einfach weg. Flitzen wir mal hier hoch. Die gehen mir nämlich so ein bisschen um den Sack, wenn die hier rumrennen. Da ist mein Pferd. Die ist einfach weg, ne? Dann flitzen wir mal zurück ins Dorf. Kannst du da drüber... Kannst du. Du bist ja ein guter Junge. Frage ist jetzt natürlich... Ich brauche prinzipiell Hasen. Ich muss in dieses blöde Holzfällerlager. Aber es ist halt schon so spät jetzt. Ich habe wieder den ganzen Tag hier verplempert. Nichts gescheit. Hier, Herr Wirt. Ich würde gerne mit dir reden. Das ist so nervig. Gelugter Jesus Christus. Ja, halt's Maul. Könnte ich hier irgendwo schlafen? Ja, hier ist noch was frei. Er ist immer noch was frei. Wir bleiben mal dabei jetzt. Hier, bitte. Okay. Wo kann ich schlafen? Das ist leicht. Sobald du reißt... Gut. Das Wild haben wir natürlich nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. Ich habe gedacht, ich könnte dann trotzdem noch die anderen Sachen fragen. Aber konnte ich nicht. Machen wir hier die Türe auf. Machen wir hier die Türe wieder zu. Dann schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an, was wir denn gekriegt haben. Schweres Schild. Zeig mal. Das ist eigentlich ganz cool. Rüstet es mal aus. Und treuer Gefährte. Kurzschwert, das schon bessere Tage gesehen hat. Nicht viel Schaden, okay. Okay, der treue Gefährt ist, glaube ich, schlechter. Ja, schlechter ist das, was wir jetzt haben. Ist aber 185 wert. Was mich sehr freut. Setz dich mal bitte. Heinrich, Heinrich. Öffne mal dein Inventar. Und dann könntest du ja mal prinzipiell noch ein bisschen lesen. Lernen. Und zwar liest du mal bis 22 Uhr. Oh, dann sind wir durch. Mach das mal. Es ist halt alles nicht so einfach. Dann wird Heinrich noch ein bisschen schlafen. Und dann müssen wir morgen auf jeden Fall in dieses Holzfällerlager. Um den Hauptquest weiter fortzusetzen. Nicht ohne, nicht ohne. Ich möchte halt, dass er lesen lernt. Also ich möchte, dass er gut lesen kann. Warum? Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach... Ich finde es schön, wenn er gut lesen kann. Zurück. Sehr schön, Heinrich. Ich bin sehr stolz. Nee, das wollte ich nicht. Was heißt denn das mit dem Ruf? Mögen... Achso, die kennen mich noch nicht. Aber alle anderen mögen mich. Ja. In Rathai mögen mich die Leute. Die Waffenknechte nicht so. Naja gut. Das ist mehr Latte. Ähm. Wir haben eine neue Fähigkeit beim Reitenkampf. Also nicht so viel Hauptstufe. Wir haben was bei Stärke. Okay, da können wir jetzt mal schauen. Aha. Anrempeln. Ausdauer ist halt immer so doof. Das finde ich ganz cool. Und dann haben wir noch eine. Und da würde ich... Das hier nehmen. Okay, dann können wir das mal wieder kleiner machen. Agilität haben wir noch. Das ist jetzt noch nichts. Jede Kunst. Vitalität haben wir zwei Punkte. Schnell wie der Wind. Gesunde Ernährung. Verdorbenes, verdorbenes, vergiftetes Essen, ohne Schaden zu nehmen. Geld nicht für Alkohol. Fällt mir jetzt noch nicht so ganz. Hauptstufe. Länger ohne Essen. Nicht schlechter das Bett. Und umgekehrt. Akrobat. 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 Redekunst und Charisma sind um einen Punkt verringert. Aber einen Punkt Agilität. Gelehrter. Gelehrter. Stärke ist runter. Zwei auf Redekunst. Zwei minus auf Stärke. Du bist ansehnlich und charismatisch. Hm. 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 Ähm. Ich weiß nicht. Gefällt mir alles noch nicht so ganz. Dann, Heinrich, du könntest mal ein bisschen pennen. Es ist schon spät. Es ist schon dunkel. Schlaf mal bis um fünf. Es ist alles nicht so einfach. Nicht so einfach. Ich möchte ja auch noch nach Sansa, aber ich glaube, die Hauptquest wird uns früher oder später sowieso nach Sansa bringen. Ich weiß halt auch nicht, ob wir zwischendurch nicht lieber dem Herrn Ratzig nochmal Bescheid geben sollten, was wir so machen. Weil ich sag mal, wir rennen hier durch die Gegend. Er weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Wobei er hat uns ja den Auftrag gegeben. Hm.